Ja, ich habe jetzt am eigenen Leibe erfahren müssen, wie allmächtig diese Corona-Panikdemie ist, wie sie uns alle krank macht. Also wenn sogar ich schon merke, dass ich gesundheitlich geschädigt bin durch diese Corona-Panikdemie, dann kann ich mir vorstellen, wo ich also sozusagen ungefähr tausendmal gesünder lebe im Durchschnitt als andere Menschen, kann ich mir vorstellen, dass man an dieser Panik-Situation und an dem Lockdown selber wirklich, dass da ganz viele Leute garantiert daran sterben. Denn sozusagen, wenn schon bei mir die Entwicklung Richtung ungesund sozusagen durch den Corona-Einfluss so offensichtlich ist, dann ist es bei anderen so, dass die sich gerade wahrscheinlich im Rahmen des Lockdowns sozusagen Richtung Sterben bewegen. Also ich vermute, wir haben bestimmt Massen an Lockdown-Toten sozusagen. Ja, aber das nur vorab. Ich, heute waren zwei wichtige Arte-Sendungen, die nochmal von Arte nochmal neu ausgesandt wurden. Sozusagen einmal ging es darum, dass wir eben unseren Planeten alle zerstören. Da wurde davon gesprochen, also auch dann über den Club of Rome gesprochen, so die Grenzen des Wachstums und so weiter. Und da wurden wir bezeichnet als gierige Konsumenten, ja. Also der Mensch von heute ist also sozusagen, ja, der gierig Konsumsüchtige. Hallo, unser Tagesbild. Und ja, also der Lockdown tötet. Also wenn es mich schon angreift, dann tötet es Massen von anderen Menschen. Ja, soviel nochmal dazu. Wir sind gierige Konsumenten und dann, ja, die Frage der Arte-Sendung, die Schlussfrage ist, ob wir es noch schaffen, den Planeten in letzter Sekunde vor uns selbst zu retten. Zum Glück ist es nicht ganz so schwer, aber es ist fast so schwer. Ich mache jetzt, bevor ich die anderen Sachen durchgehe, mache ich erst mal, versuche ich mal die schnellste Geschichte der Menschheit überhaupt. Mal gucken, ob ich das ultra kurz hinkriege. Ich mache mir allerdings keinen Stress dabei. Also von den letzten für die, und das ist jetzt nicht kapitalistische Wissenschaft. Wir kommen gleich dazu, wie kapitalistische Wissenschaft sozusagen uns alles verfälscht darstellt. Also jetzt die wahrheitsorientierte Wissenschaft, die also reflektiert, dass der Kapitalismus, dass im Kapitalismus natürlich die Menschen immer dazu neigen, alle kapitalistischen Phänomene und Erscheinungen sozusagen als naturgegeben darzustellen, weil sie ja auch den Kapitalismus für Natur gegeben halten und Gott gegeben oder was auch immer, ja. Und von daher, ja, Schluck Wasser. Also das ist Naturwissenschaft, wenn sie in der Lage ist, ihre eigenen Rahmen, ihren kapitalistischen Wissenschaftsrahmen zu verstehen und deswegen also in der Wissenschaft immer wieder sozusagen diesen Versuch, die Daten, die vorliegen, immer wieder so umzuinterpretieren, dass sie zum Kapitalismus passen sozusagen, dass sie den Kapitalismus nicht in Frage stellen. Das ist die Kunst der kapitalistischen Wissenschaft. Davon sind unsere Universitäten von oben bis unten voll. Immer wird uminterpretiert, weil ja nichts sein kann, was nicht sein darf. Und das ist alles ohne böse Absicht. Die Leute glauben wirklich so, wenn sie dann die Daten uminterpretieren, sie meinen wirklich, die Daten würden das hergeben. Aber so ähnlich wie bei Corona, da geben die Daten auch nichts her. Und genauso ist es auch bei anderen Teilen der kapitalistischen Wissenschaft, dass einfach das alles die Daten nicht hergeben. Ich mache mal die harten Fakten, die es tatsächlich sind, wo sie tatsächlich sind. Von den letzten 13,8 Milliarden Jahren dieses Universums interessieren uns nur die letzten 13,8 Millionen Jahre, weil wir dort sozusagen aussahen eher wie Gorilla ähnlich und so weiter. Und dann vor vier Millionen Jahren, wir hatten auch ein Sozialsystem wie die Gorillas, potenziell Eifersucht, wahrscheinlich das nicht riechen können, olfaktorische Mechanismen der anderen Männer sozusagen, von den Gorilla-Männern aus und so weiter. Dadurch Aversionen und Eifersüchtiges besitzen und behalten wollen, in der das Frauenharem und so weiter dafür riesige Eckzähne und riesige Körpermassen für den Rivalenkampf. Vor vier Millionen Jahren verloren wir aller spätestens diese Eckzähne sozusagen und dadurch entstand ein völlig neues Sozialsystem. Nämlich ohne Eifersucht, ohne Rivalenkampf. Außerdem hier vor 13,8 Millionen Jahren, also die Geschlechtsorgane wahrscheinlich wie beim Gorilla, total winzig, winzige Spermienmengen, weil ja die Konkurrenz zwischen den Männern körperlich ausgetragen wird, im schlimmsten Falle und nicht über Spermakonkurrenz laufen muss. Und deswegen können die Geschlechtsorgane eingespart werden. Das bedeutet übrigens nicht, dass die Frauen dann unbefriedigt wären. Deren Sensorik wurde nur von der Evolution höher eingestellt. So und jetzt vor vier Millionen Jahren verschwanden die Eckzähne. Wir wurden also Gruppentiere. Wir wurden kommunistische Kommunentiere, ähnlich wie die Bonobos. hatten damals ja auch wie die heutigen Bonobos auch noch ein Fell. Und sozusagen, ja, ich kann vielleicht da drüben dann weitermachen. Moment, hier, also vor vier Millionen Jahren waren wir schon auf Richtung aufrechter Gang. Da sahen wir wohl eher, ja, so vielleicht aus und hatten natürlich noch Fell, unsere Urgroßeltern und hatten diese Eckzähne verloren und waren also zu liebevollen, kommunistischen, pazifistischen, Bonobo-ähnlichen Lebewesen und fingen an, den Bonobo-Kommunismus zu evoluieren, sozusagen. Ja, dann vor, ja, zwei, ich würde mal den, als vor 2,5 Millionen Jahren Homo habilis oder Rudolfensis, da sagt er, ich weiß nicht, wie das heute, die Terminologien sind alle unwichtig, aber vor circa 2,5 Millionen Jahren die Erfindung der Technik, der Steinmesser, das ging halt nur, weil wir eben die Hände immer frei hatten, durch den aufrechten Gang in der Savanne sozusagen und wir auch wahrscheinlich genügend Steine zur Verfügung hatten und dann konnten wir uns durch Technik Zusatznahrung verschaffen, die konnte ständig wachsen. Also Kinder, die geboren wurden mit einem größeren Gehirn, die bekamen genug Nahrung, damit dieses Gehirn ernährt werden konnte. Und so vergrößerte sich unser Gehirn gewaltig. Ja, und jetzt hier, da hatten wir dann wahrscheinlich hier vor, sagen wir mal, vor 400.000 Jahren den fellosen Homo erectus sozusagen, der die Hochblüte der Menschheit darstellt, wo wir sozusagen in einem Bonobo-Kommunismus lebten, die Männer alles den Frauen und Kindern schenkten liebevoll und sozusagen, ja, ein Schenker-Kommunismus sozusagen mit pazifistischen, liebevollen Beziehungen zu den Nachbarkommunen, die um uns herum angesiedelt waren, also sozusagen hier im Kreis um unsere Kommune herum, die anderen Kommunen, wo unsere Enkelkinder aufgewachsen sind und wo liebevolle Beziehungen, teilweise auch durchaus über etliche Kilometer rund um unsere Kommunen existierten, aber nicht zur ganzen Welt, sondern ein Netz von Kommunen, das war ja damals, wir reden ja von Afrika, spielte sich alles in Afrika, Afrika war quasi überspannt mit einem Netz voneinander liebevoll begegnenden Kommunen, aber eine Kommune, was weiß ich, am südlichen Ende von Afrika ist nie einer Kommune, dem im nördlicheren Bereich von Afrika jemals begegnet, sondern dass wir waren alle im Wesentlichen getrennt voneinander und so weiter. Jeder lebte so in seinem Umfeld der wenigen Kommunen um ihn herum, die für uns, ihn das Wir darstellten. Also wir sind keine Welttiere, ja, wir sind Regionaltiere. Und dann hier erfanden wir vor 400.000, 300.000, 200.000 Jahren den Tauschhandel, die Marktwirtschaft, den Markt und später den Kapitalismus. Hier öffneten wir die Buchse der Pandora, das gucken wir uns kurz an, wo ist es? Der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution lebte noch in der Welt der Wahrheit und sagte, ach toll, wie ihr liebevoll alle miteinander schmust und dieses Liebesleben, jeder fühlt sich geliebt, deswegen schenken die Männer euch Frauen und Kindern alles toll, ist das anzusehen und so weiter, herrlich, ja. Und dieser sozusagen, und der sagt auch, ja, und vor allem, ihr dürft auf keinen Fall diesen neumodisch aufkommenden, denaturierten Nahrung essen, die macht euch krank, so habt ihr starke Immunsysteme und dann braucht er auch irgendwelche kleinen Dinge, für die wir keine Augen haben, weil sie für uns unwichtig sind, die braucht er nicht zu fürchten, also so spätere Viren und Bakterien braucht er gar nicht zu fürchten, denn dafür haben wir keine Augen, weil die für uns unwichtig sind, sonst hätten wir eine Sensorik dafür evoluiert sozusagen. Ja, und deswegen lasst euch nicht von anderen Frühärzten verrückt machen und so weiter. Ja, und das ist ein guter Früharzt. Nur das Dilemma ist, jetzt haben wir die Bedingungen des Marktes von Krall und Sinn und jetzt ist das Problem, dass solch ein guter Früharzt keine Überlebensgrundlage mehr hat, denn irgendwann durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt das zwangsläufig zum ersten sich irrenden Früharzt und Frühhändler, der sagt, ach ist das eklig, euer Geschwuse, das ist ja, da werdet ihr krank von, immer dieses Geschlabber und dieser Sex und so widerlich, unkeusch, unmoralisch, lass das sein und so weiter, ekelhaft, da werdet ihr krank von und so weiter. Und dann außerdem, dieses denaturierte Nahrung, die ich verkaufe, die ist genauso gesund, die ist sogar vielleicht besser als diese Naturnahrung und so weiter, die könnt ihr bedenkenlos kaufen und so weiter. Und außerdem, ja, nee, ihr müsst schon richtig Angst haben vor diesen Minitierchen, die sind ganz mächtig und gewaltig, ja, dass ihr die nicht sehen könnt, das ist nur zufällig so passiert, dass ihr zufällig keine Sensorik dafür habt. Nein, nein, die sind ganz allmächtig und es wäre viel besser, wenn ihr sie sehen könntet, ja, aber, ja, die Evolution, nein, also das ist reiner Zufall, dass ihr die nicht sehen könnt, ja, und dass ihr keine Abwehrsensorik gegen das habt und so weiter. Oder, das, deswegen, also ihr müsst unheimlich aufpassen vor diesen kleinen Tieren, die sind so total gefährlich, also das ist quasi der Vorläufer von Herrn Drosten, ja, und von Herrn Lauterbach, die sind total gefährlich, ja, und so weiter und die sind so richtige Killer und deswegen, da braucht ihr meine Impfungen, meine Tests, meine Spritzen, meine Chemotherapien, meine Bestrahlung und meine Operation ist eure einzige Chance, gesund zu leben. Ja, und das Verrückte ist, dass eben diese Irrtümer sich dann als gewinnbringend erweisen, also gewinnbringende Irrtümer, ja, die Leute werden sexuell unterdrückt, verklemmt, werden konsumsüchtig, fressen sich krank an der denaturierten Nahrung, werden Dauerkunden und er kann eine Impfung nach der anderen verkaufen und so weiter und so funktioniert nun mal Markt, ja, also Markt ist immer ein, das, also die Evolution mit Mutation und Selektion ist der Generator der gewinnbringenden Irrtümer und aber der Multiplikator, dass man also hier gut verdient und zwei Kinder ernähren kann, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter, eine ganze Großfamilie der Medizinprofessoren, aus denen dann Professor Lauterbach und Professor Drosten entstanden sind, ja, die glauben ihre gewinnbringenden Irrtümer, ja, weil sie es eben Erfolg gebracht haben, warum sollen sie etwas nicht glauben, was sie so reich gemacht hat, ne, das ist das, so funktioniert die Evolution der gewinnbringenden Irrtümer im Markt und Markt ist ein Killer deswegen, ja, also und was passierte hier, die Sexualität wurde unterdrückt sozusagen und dann hörten die Männer auf zu schenken und die Männer machten ihr eigenes Ding, wurden akkumulations- und machtsüchtig und jetzt haben wir die Milliardärskönige, deswegen, die haben sich dann also hier, wo sind sie, die haben sich dann abgespalten aus den Kommunen, ja, warum sollen sie weiter schenken, wenn sie nicht mehr geliebt werden und nicht mehr geliebt werden dürfen, weil das ja unmoralisch, unkeusch und auch noch krankmachend sei und so weiter, wenn das die Fachleute gesagt haben, auch damals ist man schon auf die Fachleute und die Experten reingefallen, weil man nicht verstanden hat, dass marktwirtschaftliche, kapitalistische Experten genau das Gegenteil von Wahrheit sind, ja, das wissen halt die nextscientistsforfuture.de, dass es so ist. So, und dann hat es sich weiter evoluiert, trotz jetzt der anfangenen, immer stärker werdenden Schädigungen der Menschen, haben sie sich immer noch ein Stück weiter evoluiert durch die zunehmende Technik, entwickelten ein Gehirn von circa 1500 Milliliter Durchschnitt und waren dann so vor 30.000 Jahren auf dem Maximum der Körpergröße und der Gehirngröße. Und dann erfanden sie sozusagen, seitdem wurden wir wieder dümmer und primitiver, dann waren die schädlichen Einflüsse der Marktwirtschaft so groß, dass wir den Ackerbau und Viehzucht immer mehr erfanden, dadurch wurden wir schlagartig. Innerhalb weniger Jahrhunderte wurden wir mickriger, kränklicher, kleiner und so weiter und degenerierten sozusagen so um die 10.000 Jahre, wo man ja allgemein sagt, Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, aber es war wahrscheinlich schon vorher. Übrigens, das Geld wurde auch hier so im Bereich 35.000 Jahre erfunden. Also manche würden sagen, ja, parallel zu der Geldevolution ging es dann eben bergab wieder mit der Menschheit. Kann was dran sein, dass es da auch eine gewisse Korrelation gibt. Und dann sozusagen hier degenerieren wir jetzt immer weiter, werden immer osteoporotischer, bis wir alle dann am Rollator entlang schieben sozusagen. Und unsere Gehirne werden immer kleiner, wir werden immer dümmer und die Gefahr besteht, dass wir nie wieder rauskommen aus der Falle des Kapitalismus und dass wir uns nicht schaffen, uns vor uns selber zu retten sozusagen. Ja, so und wie sieht jetzt der Rettungsplan aus? Dass wir es vielleicht doch noch schaffen, wenn die Leute noch nicht so doof geworden sind. Ja, also die Menschen, die noch nicht alle Intelligenz verloren haben. Denn es kann jetzt sein, dass der Lösungsausweg, wenn er jetzt nicht verstanden wird, in 300 Jahren, wenn er nochmal erforscht wird, garantiert erst recht nicht mehr verstanden wird, weil dann der Durchschnitt der Bevölkerung noch dümmer geworden ist. Und wodurch sind wir so dümmer geworden? Einerseits ist natürlich klar, die ganze Fehlernährung und die ganzen krankmachenden Faktoren, der krankmachende Lebensstil, natürlich schlägt er uns aufs Gehirn. Aber wir haben natürlich einen anderen riesigen Fehler. Wo ist es denn? Wo sind denn die anderen Fehler? Hier, wir haben auch das Phänomen, dass in dem Bonovo-Kommunismus die Schenker, die den Frauen und Kindern am meisten Obst und Gemüse und alles Mögliche schenken, in total gesunder Weise, die werden natürlich bei den Frauen auch beim beliebtesten. Und die Körper der Frauen haben genetisch eingebaute Mechanismen, dass sie den Spermien dieser Männer trotzdem sie alle mit allen Sex haben im Bonovo-Kommunismus und alle glücklich sind und alle Spaß haben. Aber trotzdem lassen die Frauenkörper nur die Spermien dieser Männer sozusagen zu den Eizellen, zu ab und zu verirrt sich mal auch jemand ein Spermium aus diesem Bereich, der Männer auch zu der Eizelle. Aber das ist selten. Also hier sozusagen und hier, die kriegen gar keine Kinder. Und das ist auch gut so. Und was haben wir gemacht? Durch den Kapitalismus, durch die Marktwirtschaft sind wir so angefüllt worden mit gewinnbringenden Irrtümern, die uns total in die Irre geführt haben und uns eine Gehirnwäsche verpasst haben, wodurch wir über die Welt nur noch Illusionen und Träume haben und über das Leben erst recht. Das heißt, dass wir nicht kapiert und wir sind dahin gegangen, dass wir dafür gesorgt haben, dass die hier eigentlich fast gar keine Kinder mehr bekommen und die hier Massen an Kindern bekommen. Und was passiert, dann geht natürlich die Evolution der Gehirne wieder zurück. Und zwar wohin zurück? Wo ist es? Hier ist es. Ja, es ist doch ganz klar, wenn ich immer mehr eine Gesellschaft so gestalte, dass sie wieder natürlich dem Bonobo-Kommunismus entgegen oder widerspricht, indem sie alles auf den Kopf dreht. Also ich zeige es nochmal. Im Bonobo-Kommunismus ist es so. Im echten Kommunismus, also wie gesagt, also noch einmal der Stalinismus ist eine Krankheit und der Bonobo-Kommunismus ist das, was Menschen schaffen können und wo sie maximal glücklich drin sind. Ja, aber dann müssen wir auch die Naturgesetze beachten, dass manche Dinge nicht gehen, von denen man träumt, durch den Kapitalismus gelernt hat zu träumen. Hier, also im Bonobo-Kommunismus kommen die Kinder hierher und daher kommen praktisch gar keine Kinder. Natürlich, die Frauen kriegen natürlich auch Kinder von hierher und dadurch laufen auch ihre Gene rein, aber im Prinzip werden dadurch die Kinder, wenn eine Frau, die intelligenzmäßig hier angesiedelt hat, mit einem solchen Mann ein Kind bekommt, dann sind die Kinder wahrscheinlich irgendwo hier in der Mitte angesiedelt. Also es ist auch kein großer Beinbruch. Aber im Prinzip ist es so, dass sozusagen im Bonobo-Kommunismus die hier die Kinder bekommen und die gar keine. Und wir haben es geschafft, dass die bei uns die die Kinder bekommen und die gar keine. Und das ist Selbstmord. Das ist ein biologisches Selbstmordprogramm. Das bedeutet kaputt gehen. Na, halt, wo sind wir hier? So, also, und das bedeutet dann natürlich, dass vor 40, vor 30.000 Jahren dann also sozusagen hier notwendig die Degeneration, also auch das kleiner werden, genetische kleiner werden der Gehirne ist. Wir sind also auf dem Weg zu einem Schimpansengehirn. Und was machen Schimpansen? Die schlagen sich tot. Primitive, da sie noch nicht mal die Sozialintelligenzstruktur der Bonobos haben, schlagen sich halt Schimpansen tot. Und das werden wir dann auch alle tun. Und dann werden wir wieder von einem, in einem Krieg nach dem anderen stolpern und so weiter. Dann ist es also, sind wir in einem ewigen Kreislauf. Und dann werden wir die Erde wunderweiter zerstören und uns gegenseitig munterweiter umbringen. Auf dem Weg sind wir ja jetzt schon. Das merkt man ja jetzt schon. Wenn man sich die Leute anschaut, das Gehirn wird immer kleiner, die Beleidigungen werden immer dümmer und primitiver, Argumente sind gar nicht mehr geistig möglich, gelernt hat sowieso keiner mehr was und so weiter. Also das heißt, die Degeneration läuft hundertprozentig. Wie können wir Europa noch mal retten oder die ganze Welt noch mal retten? Wir müssen ja dann erst mal Europa retten, sozusagen. Ja, wie machen wir das? Wo ist es? Ich klicke mal ein bisschen durch. Mal gucken, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah ja, hier haben wir unsere Greta Thunberg. Die wird gleich eine wichtige Rolle spielen, denn ohne Greta, Luisa, Carla und Fridays for Future wird es sehr schwer, jetzt die Welt zu retten, weil mittlerweile unsere Welt von Prominenz regiert wird. Was nicht prominent ist, wird nicht diskutiert, kennt man nicht. Und wenn etwas prominent wird, hört plötzlich die ganze Welt einem zu. Und Greta ist nun mal prominent. Und deswegen, liebe Greta, wir bieten euch ja den Kohlestopp 2026 und 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima in Deutschland. Als Gegenleistung müsst ihr eben eine prominente Weltpressekonferenz mit den Next Scientists for Future machen. Und dann kriegen wir das alles, kriegen wir die ganze Welt noch gerettet. Aber es hängt an euch. Es hängt an euch, ob euer Gehirn noch groß genug ist dafür oder ob es schon zu klein ist. Das wird sich zeigen. Und hier haben wir sechs von unseren 24 Professorinnen und Professoren vom Weltrat der Weisen. Also Next Scientists for Future, wir sind ja nur ein Arbeitskreis vom Weltrat der Weisen, zu dem natürlich nicht alle angehören. Und hier haben wir nochmal das Bild, World Council of Wise People. Ich glaube, man kann es schlecht sehen, weil das dann abgeschnitten wird. Egal, World Council of Wise People, Weltrat der Weisen. So, dann haben wir hier, ja, wieder unser Bild. Das haben wir aber schon gehabt. Ja, und das heißt also, wie retten wir jetzt die Welt? Ja, wie sorgen wir dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammengeht? Wie schaffen wir es, dass die Milliardärskönige wieder Schenker im Bonobo-Kommunismus werden? Das müssen wir wieder hinkriegen, sonst geht das alles hier kaputt. So, und das machen wir so. Hier, wir führen, machen 20 Reformen insgesamt mit lauter Mechanismen, die die gewinnbringenden Irritümer beenden. Eine von 20 Reformen könnte eventuell die Einführung der Wohlfühlstimme als neue zusätzliche Wahlstimme sein. Unser Grundgesetz schreibt ja vor, wir müssten noch nicht mal das Grundgesetz ändern, nämlich dass wir in Wahlen und Abstimmungen, wird also quasi der Wille des Volkes ausgedrückt. Und das wäre eine Wahl. Die Demokratie, die Wohlfühlstimme wäre eine neue Wahlstimme und das wäre ein zusätzlicher Teil in der Wahl. Und damit brauchen wir noch nicht mal das Grundgesetz zu ändern, um die einzuführen. Können wir also sofort machen. Und das bedeutet, dass eben von der Wahlstimme werden zum Beispiel mein Hausarzt, der Verdienstzuschlag, der von der Krankenversicherung und von Staats wegen möglicherweise zusätzlich an den Hausarzt geht, wird abhängig gemacht von der Entwicklung meiner Wohlfühlstimme und meiner Gesundheitsaufwendungsdaten. Zum Beispiel, wenn ich häufig Krebs bekomme und häufig wegen Krebs operiert werden muss, obwohl das in meiner Vorgeschichte, meiner familiären Vorgeschichte, noch nie Krebs vorgekommen war, dann muss der Arzt mit seiner Prävention aber irgendwas falsch mit mir gemacht haben. Also kriegt er keinerlei Verdienstzuschläge für mich. Während wenn ich nie krank werde, kriegt er natürlich den höchsten Verdienstzuschlag für mich. Und wenn ich 127 Jahre alt werde, ohne krank geworden zu sein, kriegt er natürlich den allerhöchsten Verdienstzuschlag für mich. Das heißt also alle, dadurch verschwindet übrigens auch die Tendenz zum Übertreiben von irgendwelchen Gefahren von unsichtbaren Tierchen. Ja, und ja, und dadurch ist das Problem gelöst. Also Schluck Wasser. Genauso, der Frühhändler, der kriegt jetzt, mein Supermarktleiter, kriegt dann einen Verdienstzuschlag für mich von der Krankenversicherung und vom Staat und oder vom Staat, wenn ich nie krank werde. Das heißt, was macht er? Er sagt, liebe Zulieferer, wir müssen Permakultur machen. Wir müssen sowieso alles Cradle to Cradle und Permakultur und so weiter, weil es sonst gibt, kriege ich keinen Verdienstzuschlag mehr. Und dann gehe ich pleite in der Konkurrenz zu den anderen, die den Verdienstzuschlag kriegen. Also wird er alles tun, damit sein Markt in eine Gesundheitsernährungsverführungslandschaft umgewandelt wird. Ja, und so verschwinden die gewinnbringenden Irrtümer und werden dann durch Wahrheiten ersetzt. Und die Wahrheit, denn in diesem neuen System nach dem Kapitalismus, das ist nämlich ein planwirtschaftliches Dach über dem Markt und das ist damit kein Kapitalismus mehr und es ist keine Marktwirtschaft mehr, es ist eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Und in dieser neuen mit einem behutsamen planwirtschaftlichen Dach über den Marktelementen verschwinden die gewinnbringenden Irrtümer und es breiten sich gewinnbringende Wahrheiten aus. Und das führt dazu, dass dann rund um den Hausarztkommunismus, der dann entsteht sozusagen, sozusagen rund um die Sportvereine der Hausärzte und so weiter, lernen sich Menschen kennen, lieben und so weiter. Und vielleicht begründen einige von sich aus spontan eben auch kommunistische Kommunen sozusagen. Jeder kann ja machen, was er will, aber einige werden auch kommunistische Kommunen begründen. Und dann werden die hingehen und sagen, hier, lieber Milliardärskönig, dann wird es Frauen geben, die sagen, ach, ich finde den Bill Gates total sexy oder ich finde den Mark Zuckerberg total sexy. Und dann laden die den mal ein, mit der ganzen Familie doch mal reinzuschauen. Und wenn dann die Frau vom Mark Zuckerberg so auch anfängt, mit hübschen Männern der Kommune zu schmusen und so weiter, dann greift sich diese Frau mal den Mark Zuckerberg und dann wird da also schöner Gruppensex gemacht und so weiter. Und dann irgendwie hat man dann die Familie Zuckerberg das Gefühl, also so wohl, so sau wohl, wie ich mich jetzt gefühlt habe, haben wir uns noch nie im Leben gefühlt. Och, ich glaube, wir bleiben hier und wir schenken mal so unserer Kommune, fangen wir mal an zu schenken, was wir so an Milliardchen so nützlos rumliegen haben. Und schon haben wir wieder den Bonobo-Kommunismus. Und dann, ja, jetzt ist es so, jetzt sind wir aber natürlich, wir sind nun mal, wo ist es? Wir sind nun mal hier, auch im Idealfall sind wir, sind wir Umfeldaffen. Das heißt also, im Umkreis rund um unsere Kommune lieben wir alles, aber wenn es dann zu weit entfernt ist, interessiert uns es alles so, wie wenn der Sackreis in China umfällt. Das interessiert uns gar nicht. Also wie kriegen wir das dann da hin? Jetzt könnten wir Folgendes machen, liebe Greta hier, wo bist du? Also, wir, liebe Greta, wir machen folgenden Deal, ja, sozusagen. Wir retten Deutschland nur, wenn es, sagen wir mal so 80, 70 Prozent, 80, 90 Prozent, müssen wir darüber verhandeln, aller Gelder, die durch die Beendigung dieses schrecklichen Kapitalismus freigesetzt werden. Also, ach so, ich muss das dann auch ganz kurz erklären. Was passiert dann automatisch? Die Growth setzt ein. Also der einzige Weg, wie man die Growth erreichen kann und Postkapitalismus ist dieser hier. Ja, dadurch, dass die Leute jetzt in der Kommune, Mark Zuckerberg und Bill Gates und so weiter, und dass wir alle wieder richtig Lebenslust haben und glücklich sind, was passiert? Wir kaufen viel weniger, wir konsumieren viel weniger, weil wir jetzt mit Menschen glücklich sind und nicht mit Gütern. Und dadurch geht unser CO2-Fußabdruck gewaltig zurück. Wir kriegen einen totalen De-Close-Prozess. Und was passiert jetzt auch, wenn wir nicht mehr krank werden, weil wir uns jetzt gesund ernähren, weil wir nicht mehr esssüchtig sind, nicht mehr alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, medikamentensüchtig, drogensüchtig sind? Ja, was passiert? Die Gesundheitskosten und Aufwendungen können total runtergehen. Wir sparen unzählige Milliarden ein. Unsere Ärzte können viel sinnvoller, einige Ärzte können wir viel sinnvoller in irgendwelcher Medizintechnik-Forschung oder ähnlichen Forschung unterbringen und so weiter. Und haben dann viel mehr davon, weil wir dann in der Weltwirtschaft eine gute Wettbewerbsvorteile haben, weil wir viele, viele fähige Denker haben, die bis jetzt gebunden waren in unseren Bürokratien, im Gesundheitssystem und so weiter. Die kommen, die helfen alle dann in der Wirtschaft mit. Und dadurch werden wir viel, viel erfolgreicher und werden Europa wird wieder der erfolgreichste Kontinent der Welt. Und das sollten wir werden wollen, denn das ist wichtig. Sonst wird man nämlich umgebracht wie die nordamerikanischen Indianer. Man sieht ja jetzt schon, dass Trump spaltet sich ab von Europa und dann ist es nicht weit. Wir müssen uns vorstellen, das war ja damals so, von Europa gingen die Leute, die am angriffslustigsten waren, in die USA. Und die haben dann die Indianer angegriffen und umgebracht. Und das sind jetzt die Amerikaner. Und jetzt zeichnet sich ab, dass die große Freundschaft zwischen Europa und Amerika wohl sich dem Ende nähern könnte. Und dann möglicherweise ist das angriffslustigste Völkchen der Erde dann auch bereit, Europa zu erobern und umzubringen und auszurotten, wie die nordamerikanischen Indianer sozusagen, obwohl es ja unsere Nachfahren sind. Aber das ist im Kapitalismus alles möglich. Das ist alles kein Problem. No problem. Also das kann jederzeit kommen. Und deswegen müssen wir der stärkste Kontinent der Welt werden, weil wenn wir gleichzeitig pazifistisch und der stärkste wirtschaftlich erfolgreichste Kontinent werden, dann kann ja der Welt nichts mehr passieren. Das heißt, das Geld kommt daher, dass der Kapitalismus ganz viel macht mit Schäden anrichten. Schäden reparieren. Ja, Leute krank machen, Leute Krankheiten verwalten, Gewinn bringen. Ja, das ist Kapitalismus. Und wenn diese Kosten alle wegfallen, haben wir circa 500 Milliarden pro Jahr jedes Jahr frei. Und damit können wir die Welt gestalten. Ja, damit können wir Klimaschutz machen. Kohle Stopp 26 müssten wir dann eigentlich relativ, müssten wir noch schaffen können. Kohle Stopp 26. Das bedeutet also, echten Degrowth und echtes Postwachstum geht nur so. Und übrigens mehr Demokratie e.V., ja, also diese Wohlfühlstimme ist das Maximum an Demokratie, weil es die Politik dazu zwingt, jeden Tag sich zu fragen, wie kann ich in meinem Bundesland, das ich regiere, dafür sorgen, dass die Leute sich noch wohler fühlen. Das heißt, da wird dann der Bürger nicht mehr einen Tag vergessen. Wir brauchen wahrscheinlich gar keine Volksabstimmungen mehr. Wir brauchen keine sonstigen demokratischen Verfahren mehr. Wir brauchen gar nichts mehr, denn die Politik wird sozusagen alles tun. Jeden Tag werden die darüber nachdenken, wie können wir noch bessere Leute in die Politik reinziehen, dass die uns helfen, wie wir ein noch besseres Wohlfühlen in unserem Bundesland erzeugen. Denn die Daten liegen ständig offen, so im Sinne eines Politbarometers werden die ständig offen gelegt und sind ständig googlebar oder erreichbar beim Bundeswahlleiter und so weiter. Und dadurch sieht jeder Bürger, welches Bundesland schlecht regiert wird und welches Bundesland besser regiert wird. Und dann wird kein Bürger in Deutschland mehr eine Partei wählen, in deren Bundesland die Wohlfühllnoten sich schlecht entwickeln oder schlechter entwickeln als bei anderen Bundesländern. Und dann werden nur noch die Parteien gewählt, die also Bundesländer regieren oder Kommunalkreise oder was auch immer Kommunen regieren, die sich ungewöhnlich positiv entwickeln, was die Wohlfühllnoten und die Gesundheitsaufwendungsdaten anbetrifft, sozusagen. Und damit, so, und jetzt, was machen wir jetzt, Greta, liebe Greta, was machen wir jetzt, wie retten wir jetzt die Welt? Ihr wollt ja auch unbedingt, dass wir die Welt mit retten. Na, das ist für uns Nahkreistiere sehr schwierig. Das habt ihr ja schon gemerkt, dass ihr zwar an die ganze Welt denkt, aber der Rest der Gesellschaft eher an sich und seine Verwandten und sein Umfeld denkt. Das ist, weil wir eben Bonobos sind und keine idealistisch konzipierten, neustalinistischen, designten Menschen, sondern wir sind aus DNS und aus Fleisch und Blut und wir sind gesunde Egoistengisten und das wird sich nicht ändern, weil DNS so ist. Und weil die Evolution auch immer wieder solche Leute bevorzugt, ne? So, und liebe Greta, was machen wir jetzt? Also, wir machen aus Deutschland das Vorreiterland für Klimaschutz und CO2-Neutralität und werden dabei gleichzeitig noch Weltmarktführer, sozusagen, und Weltwirtschaftsführer mit ganz Europa vielleicht zusammen, idealerweise. Wir träumen ja von den Northern United States of Northern Europe, die wir jetzt als erstes sofort mit der Grundsprache Englisch machen sollten, damit endlich dieses ganze Gezackere und Sprachengewill aufhört, ja? Dass wir dann die Engländer wieder zurückholen, die Schweizer dazuholen und so weiter und dann machen wir ein schönes United States of Northern Europe, ja? Und, ja, und dann heißt die Regel, so, liebe andere Staaten, USA, China, Indien und so weiter, ja, wenn ihr auch von den nextscientistsforfuture.de, also quasi auch die Kur bekommen möchtet und sozusagen in einen erfolgreichen Staat umgewandelt werden wollt, dann aber bitte nur, wenn ihr den Vertrag unterschreibt, dass ihr den gleichen Prozentsatz, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, 80 Prozent eurer frei werdenden Gelder dann auch in den Klimaschutz steckt. Das wäre ein möglicher Deal. Und außerdem müssen alle Staaten sowieso teilnehmen an einem Club der Willigen, der sozusagen mit einem Emissionshandel, der alles außer den Ausatemgasen von Menschen mit Emissionshandel belegt. Also die CO2, die Methanabgase der Rinder zum Beispiel, werden genauso mit Emissionsabgaben ganz teuer, müssen ganz teuer bezahlt werden, wie alle Autoabgase oder ähnliche Dinge, ja? Das heißt, und nicht nur CO2, sondern alle Stoffe, die überhaupt in die Luft rausgegeben werden, alles, was irgendwie in die Luft emittiert wird, außer dem Ausatmen von Menschen, muss bezahlt werden, ja? Und dann kriegen wir doch die Erde nochmal, dann kriegen wir doch die Kurve nochmal, dann retten wir doch die Welt nochmal, ne? Ja, liebe Greta, aber möglicherweise Gehirn zu klein und dann wird das nichts mehr, ne? Schluck Wasser. Bildungsmangel zu kleiner Gehirngröße, dann klappt sowas halt nicht mehr. Ja, dann muss ich halt damit leben, dass die Menschheit kaputt geht, ne? Und möglicherweise ist Leben dann generell kaputt, weil Leben einfach es nicht packt. Also Leben kommt immer in den Kreislauf rein. Hier läuft auch alles, Weiterentwicklung, toll, positiv hier. Dann wird hier Markt, Markt, Tauschhandel und Kapitalismus erfunden und schon hier, schon geht es bergab. Und dann kommt die totale Degeneration und dieser Kreislauf ist nicht, der findet auf jedem Planeten des Universums statt. Also in diesem Universum gibt es keine Rettung, ja? Nur hier Leid, Leid, Leid. Am Ende endet es immer in einem Kreislauf des Leides, in einer Spirale des Leides, ja? In der wir uns ja heute befinden. Kriege, Mord und Totschlag und Degge, Beleidigung und Vereinsamung, Sexualitätsmangel, Liebesmangel, alles, ja? Also immer endet es im Leideskreis, im Kreis des Leides, ja? Ja, weil eben hier die Büchse der Pandora geöffnet wurde und deswegen sind wir da in der Hölle. Wir sind in der Hölle. Ja, und vielleicht geht es nicht anders. Vielleicht gibt dieses Universum nichts anderes her. Kann man nur hoffen, dass es mal irgendwann ein besseres Universum gibt. Ja, aber vielleicht kriegen wir ja die Kurve noch. Aber wie gesagt, ich zweifle mittlerweile an der Intelligenz der Menschheit. Ja, so, dann schauen wir doch mal weiter. Ja, damit hätten wir alle Probleme gelöst. Also wissenschaftlich sind alle Probleme gelöst. Liebe Kreis, es kommt jetzt auf Kreta, Luisa und Carla drauf an. Wenn deren Gehirn dafür nicht ausreicht, haben wir alle gelöst. Denn nur die sind im Moment prominent und ich sehe niemanden, der prominent ist und der irgendwie etwas mit Weltrettung am Hut hätte und Menschheitsrettung. So, dann mache ich jetzt mal schnell den Rest noch für heute. Mache aber jetzt wieder unser schönes Corona-Tagesbildchen. Ja, also, dann war da die nächste, also hier, wie war das bei Arte? Den Planeten in letzter Sekunde vor uns selbst retten. Ja, das können nur die Next Scientists for Future. Leider kann das niemand sonst. So, dann geht es weiter mit Arte. Die zweite Sendung, die neu aufgelegt worden war von Arte. Neu ausgestrahlt wurde auch bei YouTube nochmal neu. Da ging es um Liebe, um Sexualität und Liebe. Also, das, was wir gerade besprochen haben. Und das wird natürlich jetzt. Wie kann ich es machen, dass ich die Daten so vergesse und so umbiege, dass ich am Ende rauskomme, dass es doch von Natur aus ist, dass der Mensch monogam ist. Ich habe ja eben geschildert, dass es zu den gewinnbringenden Irrtümern gehört, die Leute von dem kommunistischen Bonobo-Leben abzubringen, also von der Gruppen eher abzubringen, in die Monogamie zu zwingen. Ja, und warum haben wir dann, wenn wir doch genetisch monogam seien, warum haben wir dann nicht winzigste Geschlechtsorgane? Warum haben wir dann nicht wie die Gorillas einen Rivalenkampf, wo wir doch monogam, da müssen wir doch dann eifersüchtig wachen über unseren Liebespartner, dass der nicht von anderen herangenommen wird, sozusagen. Dann müssen wir doch da eifersüchtig drüber wachen. Dann brauchen wir doch sozusagen, müssen wir doch richtige Rivalenkämpfer sein und brauchen doch nur noch winzige Geschlechtsorgane, denn wir kämpfen ja mit den anderen Männern. Und wenn dann die Frau für uns übrig ist, dann brauchen wir doch nur einen Mikropenis und nur zwei Samenzellen, falls mal eine nicht funktioniert, brauchen wir zwei Samenzellen, dann ist die Frau befruchtet und ist neun Monate schwanger und dann brauchen wir die nächsten zwei Samenzellen erst wieder in neun Monaten. Allerfrühestens. Und da wir da unter Naturbedingungen Frauen sowieso viele Jahre stillen, brauchen wir also erst viele Jahre später die nächsten zwei Samenzellen, wenn wir doch monogam sind. Warum haben wir aber Geschlechtsorgane, die in einen Gruppenkommunismus, in eine Gruppenehe passen? Ja, warum haben wir die? Ja, vielleicht, weil unsere gesamte Genetik nicht geeignet ist für die Monogamie. Ja, also, und aber Arten, das ist halt typisch für die kapitalistische Pseudowissenschaft ist es ja, dass zwar manchmal Wahrheitsdaten gefunden werden, aber die werden dann mit Gewalt uminterpretiert und es wird alles so gedreht, dass es gesagt wird, ja, wir Menschen waren ja schon immer monogam. Wir Menschen waren ja schon immer monogam. Ja, 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 liebe Ehefrau, ja, 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 ich zweifle nicht an unserer Ehe. Also, wir Menschen waren ja schon immer monogam. Ja, 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 ach, die paar verwirrenden Daten, die wir da haben in der Biologie, die können wir doch noch irgendwie wegleugnen. Na, das ist nicht kein bewusster Vorgang. Das ist also ohne böse Absicht. Die Menschen glauben das wirklich. Und wenn sie dann Daten, dann, ja, die ruhen halt nicht, bis sie nicht einen Weg gefunden haben, die Daten umzuinterpretieren, warum denn die Menschen eigentlich riesige polygame Geschlechtsorgane haben und warum sie dann trotzdem, ja, dann gibt es dann so Ideen wie, ja, 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 die Frau würde dann besonders sexuell befriedigt, aber sexuelle Befriedigung hängt nicht von der Größe des Geschlechtsorgans ab, sondern in der Evolution. Wenn Männer winzige Penisse haben oder nur Stummelpenisse haben, dann passt sich die Sensorik so an, dass die Orgasmen bei Frauen dann halt früher ausgelöst werden. Weil am Ende ist es ja eine Sache, was, wie, mit wem verdrahtet ist im Gehirn und so weiter, ob ein Orgasmus früher oder später ausgelöst wird. Und von daher ist es so, dass, also, es ist völliger Quatsch, es zu denken, völlig antinaturwissenschaftlich zu denken, dass man große Penisse bräuchte, um sexuelle Orgasmen auslösen zu können. Das ist völliger Unsinn, ja. Das würde ja bedeuten, dass alle Lebewesen mit winzigen Penisen keine Orgasmen hätten und die Frauen auch keinerlei Orgasmen hätten. Das ist völliger Nonsens, sozusagen, ja. So, ja, und dann geht es weiter hier. Jetzt ein bisschen was Lustiges zwischendurch. Matthias Richling mit seiner Show, der stellt dann den Karl Lauterbach auch als den großen Übertreiber dar. Natürlich zum Lachen macht er das, natürlich so Comedy-mäßig. Aber da musste ich wirklich lachen, so Karl Lauterbach und Drosten als die zwei großen Übertreiber. Oh, dieser Killer-Virus tötet uns alle, ja. Und wir kommen gleich zu Weißrussland und so weiter. Und Palmer zum Beispiel, der wurde auch erwähnt, der hat halt natürlich die, der hat die Gelddruckethik der kapitalistischen Medizin und Pharma- und Impfindustrie sozusagen letztendlich infrage gestellt mit seiner Haltung, dass man, dass es in einer Gesellschaft nicht sinnvoll sein kann, 50 Milliarden dafür auszugeben, dass ein Mensch einen Tag länger lebt oder einen Tag länger leidet und am Leiden erhalten wird, sozusagen, wo er eigentlich sich schon längst Sterbehilfe wünscht, sozusagen, ja. Und das hat Palmer gewagt anzusprechen. Deswegen ist er in Ungnade gefallen. Denn man darf die Medizinethik auch nur ein Tag Lebensverlängerung, dafür müssen wir bereits 200 Milliarden auszugeben. Es ist ja nicht unser Geld, es ist ja das Geld der Bürger. Ja, diese Gelddruckethik der Medizinindustrie hat Palmer infrage gestellt, das ist Gotteslästerung und dafür wurde er gedisst, sozusagen, jetzt oder ist er in Ungnade gefallen. Ja, und dann so ein Spruch wie Treue schützt vor Corona, ja, das spricht dieses Element an. Natürlich ist alle Krankheiten wie Aids und Corona haben immer auch eine Doppelfunktion. Sie dienen der kapitalistischen Unterdrückung, der Nähe zwischen den Menschen, sie vermehren die Einsamkeit zwischen den Menschen. Das ist ein Zentralanliegen des Kapitalismus immer, also ohne bewusste Tendenzen ist das immer eine Tendenz im Kapitalismus, Menschen einsam machen, Sexualität unterdrücken, Liebe unterdrücken, Sexualität unterdrücken und so weiter. Ja, das ist ein, das Kernelement des Kapitalismus und da ist immer eine Doppeldeutigkeit mit drin in dieser Übertreibung, das Aufbauschen, das Killer-Virus. Ja, in Weißrussland und Orbán, da sieht man Leute, die sich umarmen, die sich, also die Präsidenten geben, sich küssen, um ihre Bevölkerung zu demonstrieren. Hier völlig ignorieren dieses angebliche Corona-Killer-Virus, ja, und dann geben sich die sich die Hände und schütteln die Hände und so weiter, ja. Und Tansania, der Präsident, soll wohl auch gesagt haben, ich kann jetzt die Sprache nicht verstehen, aber er soll laut Bild-Sendungsüberschrift gesagt haben, ja, dass Tansania eben auch kein Corona kennt und einfach Corona ignoriert und dass es das einfach nicht gibt. Und ich denke auch, dass die Staaten, die versucht haben, trotz der Panikdämie, die um die Welt gegangen ist, sozusagen einfach Corona so gut es ging, trotz der Außenwelt zu ignorieren, dass die am Ende am besten fahren würden. Ich glaube, Schweden hat sich noch viel zu viel einwickeln lassen, hat zwar auch nur die Todeszahlen in einer kräftigen Grippe, aber sozusagen in Schweden hat man sich doch von uns doch panikmäßig doch ein bisschen infizieren lassen und deswegen hat man dann auch vielleicht doch einen Tick mehr Tote als nötig gehabt. Und wie gesagt, das Entscheidende ist, jeder seriöse Journalist ist im Moment gierig nach Bildern vom Sterben durch Corona. Und jetzt fahren die Leute nach Weißrussland, sie fahren nach Ungarn zu Orban und so weiter, sie fahren nach Tansania und finden offensichtlich nicht einen Zeugen, der ihnen in die Kamera sagt, ja, im letzten Jahr sind jeden Winter nur einer aus meinem bekannten Kreis gestorben, aber dieses Mal fünf. Also das heißt, die seriösen Journalisten kriegen immer nur Leute vor die Kamera, die Besorgnisse äußern, meistens aus der Medizinindustrie, weil das ja ihr Geschäftsmodell ist, ja. Aber sie kriegen niemanden vor die Kamera. Nicht mal, sie müssten doch einfach nur 100 Zeugen vor die Kamera bringen, jetzt in Weißrussland, in Ungarn und in Tansania, wo die Leute jetzt sterben wie die Fliegen. Und dann muss es doch Zeugen geben. Es muss doch Leute geben, die sagen, in meinem bekannten Kreis sind dieses Jahr fünfmal mehr Leute gestorben als sonst. Und dann wüssten wir, es ist tatsächlich ein Killer-Virus. Aber das konnte von keinem Journalisten beigebracht werden. Das ist übrigens ein gutes Zeichen, dass man da solche Zeugen nicht versucht hat zu fälschen, ja. Das wäre ja auch möglich gewesen. Das würde bedeuten, so einen Restanstand gibt es schon noch im Journalismus, denn sonst hätten sie uns solche Zeugen präsentiert, ne. Aber so sind sie bei der Wahrheit geblieben und das heißt, sie können solche Zeugen nicht beibringen, ne. Ja. Sondern es wird nur immer nebulös irgendwie, ja, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Sorgen. Aber nirgendwo wird gesagt, ja, in meinem bekannten Kreis sterben gerade die Leute, wie die Fliegen und ich bin Zeuge dafür. Es war nicht möglich, ne. Und das ist für mich ein deutlicher Hinweis darauf. Das ist der wichtigste Hinweis von allen statistischen Hinweisen, dass hier kein Killervirus am Werke ist. Also der jetzt wie die Pest zum Beispiel als Erreger, der Pesterreger, der ein Drittel der Bevölkerung ungefähr hinraffen würde. Wir sind hier im Promille und im Minstigsten Prozentbereich, in Nullkommaprozentbereichen. das ist eine kräftige Krippe wahrscheinlich, ne. Ja. So. Ja, man, dann übrigens, es gibt so viele Leute, die hängen immer noch Karl Marx an. Ja, Karl Marx hat viele Bücher geschrieben, die eigentlich, der hat ganz viele Worte gemacht. Eigentlich hätte er nur schreiben müssen, ich bin neidisch, ich bin neidisch, ich bin ein Neidhammel, ich bin ein Neidhammel. Deswegen beschimpfe ich die Erfolgreichen und Reichen, die fähigen Unternehmer, beschimpfe ich als Ausbeuter. Ich bin neidisch, ich bin ein Neidhammel. Wenn er das die ganze, in jedem Satz geschrieben hätte, das wäre die Wahrheit gewesen. Stattdessen wegen hat er einfach viel Worte drumherum gemacht. Und also die Next Scientists for Future sind die neuen, realistischen Karl Marxe sozusagen. Also bitte wechselt über zu den vernünftigen Marxisten sozusagen. Also Marx selber war einfach nur ein Neidhammel. Und hat er damit ein antinaturwissenschaftliches Weltbild versucht aufzuspauen. Ja, dann Christian Felber hat mal wieder seinen Plan zur Zerstörung Europas so skizziert. Einkommensbeschränkungen, also das Vertreiben der Reichen. Also wie gesagt, das ist der große Unterschied. Wo ist der große Unterschied? Hier ist der große Unterschied. Liebe Greta, wenn ich, wenn Christian Felber geht hin und sagt, liebe europäischen erfolgreichen Unternehmer, ihr verdient demnächst nur noch nur noch 20 Mal so viel allerhöchstens wie der Mindestlohn. Mehr gibt's bei uns nicht mehr. Etch, betch. Ja, liebe Greta, was machen dann die Unternehmer, die sagen, ja, etch, etch, betch, Christian, tschüss, tschüss, wir gehen, wir nehmen unsere Firmen, unsere Arbeitsplätze, unsere Entwicklungsabteilung, nehmen wir mit, den unseren Entwicklern und Produktentwicklern zahlen wir fürstliche Gelder und dann gehen wir an die schönsten Stellen der Erde, wo wir euch Idioten nicht mehr haben und, ja, also, das heißt, wir müssen doch die Milliardärskönige aus aller Welt in unsere Kommunen einladen, damit sie anfangen, Schenker in unseren Kommunen wieder zu werden, den Naturzustand wieder zu erreichen, sozusagen und was Christian Fellmer macht, ist im Prinzip nur, die Milliardäre aus Europa rauszutreiben, dann sind die halt im Rest der Welt, als ob die dann irgendwas anders machen würden als vorher, wenn dort der Kapitalismus ganz normal weiterläuft, ja, also wir brauchen doch unsere fähigen Unternehmer, gerade um dann, wenn wir zum Beispiel keine, kaum noch kranke Leute in den Betrieben haben, um dann dieses wirtschaftliche Plus zu erzielen, mit dem wir, liebe Greta, mit dem wir dann deine Kohlestoppziele und deine Klimaziele bezahlen können, denn das ist teuer, liebe Greta, das hast du wohl schon gemerkt, dass das teuer sein muss, denn sonst würden es doch die Leute auf dein Geschimpfe hin schon längst freiwillig gemacht haben, nein, die Leute rechnen das immer wieder durch und sagen, jedes Land, das den Vorreiter macht beim Klimaschutz und die anderen ziehen nicht mit, das ruiniert sich wirtschaftlich, weil es viel Geld kostet und deswegen macht das auch keiner und deswegen hat die Kanzlerin gesagt, ja, liebe Mädchen, ja, ihr seid ja lieb, schön, alles brav und ich tue doch mal so, als ob ich euch entgegenkäme, in Wirklichkeit kommt sie euch natürlich nicht entgegen, weil sie ja nicht ganz volkswirtschaftlich auf den Kopf gefallen ist, ne, ja, und deswegen gibt es dann halt das Teen-Washing, also mit euch Teenies hat man sozusagen so ein bisschen so getan, als ob man sich jetzt um den weltweiten Umweltschutz kümmern würde. Nur die Welt ist ein großes Problem, das Problem ist, dass alle Gase um die ganze Welt flottieren, ja, und deswegen muss man zu einer Welteinigung kommen und das geht aber nur mit den Next Scientists for Future, mit den Leuten, die das alles nicht können, wird das nicht klappen. so, ja, also liebe Milliardärs Könige, bleibt nur schön in Deutschland und hört nicht auf Christian Fellber, also das, Entwarnung, also der wird euch nichts tun, das wird niemand akzeptieren, ja, dass er euch vertreibt, ne, aus dem Lande. Ja, und das, wobei ich sagen muss, also die Meinwohlökonomie generell ist immerhin in der Nähe, also nicht das Ziel verfehlt völlig, sondern immerhin noch eine Acht oder eine Neun geschossen, ne, also keine, keine Zehn im Schwarzen oder so, aber eine Acht ist es immerhin schon, also immerhin wenigstens eine gewisse, gewisse, gewisse Leistung, ne, muss man der Sache bescheinigen. Dann, was macht so das ZDF, ZDF heute so, wir sind ja hier die wissenschaftliche Tagesschau heute, was macht der so, der spricht von Corona-Fällen. Ja, Leute, da werden sie schon wieder, ohne böse Absicht wahrscheinlich, werden sie schon wieder so hinters Licht geführt. Es sind keine Corona-Fälle, es sind testpositive Leute, die meistens wahrscheinlich gar nicht krank sind, das sind also gar keine Fälle, das sind nur Testpositive, ja, also achten sie auf die Sprache, da wird ständig von Corona-Fällen geredet, obwohl gar keine, nur, nur, auch, da wird da geredet von irgendwelchen hier, was wird da gemacht, wahrscheinlich ist nämlich wirklich gar keiner mehr krank davon, ja, zum Beispiel in diesem einen Haus, da werden dann alle in einen Quarantäne-Terror einbezogen, man muss sich auch überlegen, ob man überhaupt zum Sport, obwohl man den gesundheitlich Brei braucht, gehen kann, weil man kommt ja dann in so einen Quarantäne-Terror hinein, man kriegt ja dann Hausarrest und so weiter, nur weil, man wird dann Zwangstest unterzogen und wird dann in Hausarrest gesteckt und so weiter, wo dann der gesundheitliche Schaden noch größer ist als vorher, also das heißt also, ja, und da wird von Fällen geredet, obwohl es sich ja nur um positive Testergebnisse handelt, was ja nicht sagt, dass auch nur einer davon krank ist, außerdem sind wir ja längst in dem Bereich, wo es sich um falsch positive Testergebnisse handeln kann, ja, wir müssen uns ja klar sein, wir sind ja jetzt bei so geringen Zahlen, dass das alles Zahlen sein können von falsch positiven Testergebnissen, müssen wir ja auch bedenken, wissenschaftlich, ne, und von daher also, ja, genau genommen kann man also immer noch nicht zum Sport gehen, weil man dann dem Quarantäneterror ausgesetzt sein könnte, ne, ja, und dann, was sehen wir hier, dann noch eine Meldung, war es am Ende, ich habe doch vor Monaten schon gesagt, könnte es nicht sein, dass China so ein Coup macht, wir packen die kapitalistischen Staaten an ihre Pharmagläubigkeit und ihre Medizingläubigkeit und machen da so ein bisschen Corona-Hysterie sozusagen, und dann werden die arm und wir reich, und was passiert, was habe ich als Meldung gehört, wahrscheinlich wird China am besten von den ganzen Staaten der Erde aus der Krise zurückkehren wirtschaftlich. Das würde bedeuten, wenn China wirklich da einen Coup gemacht hätte und sich den Scherz gemacht hätte, mal die Welt so in eine Panik zu versetzen und sie an ihrer kapitalistischen Pharma-Hörigkeit zu packen und Medizin-Hörigkeit zu packen, dann wäre das ein erfolgreicher Coup vielleicht doch gewesen, dass sie nämlich am Ende jetzt wirtschaftlich die Nase vorn haben und die anderen Staaten alle schwer zu knabbern haben. Naja, es ist aber nur mehr als Scherz gedacht jetzt diese Äußerung, aber man darf ja mal ein bisschen denken, denn Taktik in der Politik ist sicherlich etwas, was vorkommen kann. Ja, und dann zum Epstein, das soll wohl so ein sexueller Missbraucher sein, ein reicher oder so, Epstein, Epstein oder so. Ja, was hat er gemacht? Was machen diese Reichen? Weil sie ja eben im Bonobo-Kommunismus nicht leben dürfen, weil der Kapitalismus ja Sexualität unterdrückt, haben die einfach dann über kriminelle Handlungen, obwohl sie doch angeblich viel zu verlieren haben, haben sie trotzdem kriminelle Handlungen nicht gescheut, um einen Ersatz für Bonobo-Kommunismus zu spüren, nämlich viele Menschen, die irgendwie, mit denen sie Körperkontakt haben. Das ersetzt zwar nicht die wirkliche Liebe in einem Kommunismus, Bonobo-Kommunismus, aber immerhin ist das sozusagen ansatzweise was. Ja, also dieser Epstein ist ja angeblich zu einem Schwerverbrecher geworden, nur weil sein Urbedürfnis, diese liebevolle, kommunenmäßige Sexualität sozusagen, wie man sie aus dem Ur-Kommunismus, dem Bonobo-Kommunismus kennt sozusagen, erleben zu dürfen. Und dafür ist er bereitgegangen, dann auch am Ende in den Selbstmord zu gehen, weil er eben offensichtlich für ihn auch das Leben nicht lebenswert war, ohne diese Liebe im Leben. Und deswegen sage ich immer, Geld beruhigt vielleicht manchmal, aber es macht null glücklich, ja, weil der Mensch ist, seine Glücksquelle ist die liebevolle Kommune, ne? Und genau aus dem gleichen Grunde sind auch die ganzen Priester der verschiedenen Kirchen so als Missbraucher bekannt geworden, ja, weil die einfach sozusagen ja, letztendlich ja, letztendlich alle den Kommunismus vermissen, den Bonobo-Kommunismus, vermissen und deswegen sich dann an den Kindern vergehen, weil sie eben den Kommunismus nicht haben, wo sie sexuell befriedigt wären, ja, so, und dann zum Schluss gucken wir uns nochmal den Taschenrechner an, wo ist der Taschenrechner, ach, da ist er ja, ja, so, das machen wir wieder zu, ist ja heute wieder eine lange Rede, kurzer Sinn, so, dann schauen wir mal hier, können Sie den Taschenrechner gut sehen, ja, ich denke, Sie müssten ihn, jetzt müssten Sie ihn perfekt sehen, ja, hier haben wir den Taschenrechner, rechnen wir doch mal gerade ganz schnell durch, hier, so auf die Schnelle, wie viele Menschen brauchen wir, ich habe ja eben gesagt, das Problem ist, dass wir, dass alle Menschen durchschnittlich immer dümmer werden, auf der ganzen Erde wahrscheinlich, aber in Deutschland besonders, ja, weil wir es ganz besonders schaffen, dass bei uns die Klügsten keine Kinder mehr bekommen, ne, da geht die Evolution zwangsläufig, rückläufig und wir haben ja alle die Mutationen in Richtung 400 Milliliter Gehirn, die sind ja kein Problem, die sind ja alle in unserem Genpool noch alle ansatzweise vorhanden, ne, oder, und wir, auf jeden Fall können wir den Rückweg jederzeit einschlagen, und wir sind ja dabei, sind ja kräftig dabei, wir haben ja schon 150 Milliliter schon verloren in den letzten 30.000 Jahren angeblich, ne, wir haben ja nur noch angeblich nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen durchschnittlich, ja, also bald werden wir zu blöd für den Kapitalismus, ne, ich versuche es mal wirklich drastisch zu sagen, so, und jetzt wie viele Leute brauchen wir überhaupt noch, ja, also wir haben 100 Prozent Bürger, wir haben 80 Millionen Bürger, das sind 100 Prozent, davon sind aber nur, sagen wir mal, sowieso nur 80 Prozent wahlberechtigt, ne, 80 Prozent sind wahlberechtigt, ja, und von den 80 Prozent, die wahlberechtigt sind, gehen ja nur 60 Prozent zur Wahl, also 80 Prozent sind die wahlberechtigten, ist 100, und 60 Prozent gehen zur Wahl, ist x, also, dann bedeutet das, dass wir nach 3 Satz, müssen wir jetzt rechnen, 60 mal 100, also wir tun einfach zwei Nullen dran, geteilt durch 80 ist gleich da haben wir noch da habe ich jetzt was verkehrt gemacht, sorry, das kann doch nicht stimmen, 80 ist 100 Prozent, 75 ist das, jetzt habe ich mich irgendwie, ich mache es mal, ich mache es mal mit gefühlter Mathematik, ich mache es mal, jetzt verlässt mich doch mein Mathe-Api, verlässt mich doch mal, irgendwie verstehe ich es jetzt nicht ganz, also löse ich es doch mal anders, also, nur 80 Prozent der Gesellschaft sind überhaupt wahlberechtigt, mehr als die Hälfte geht nicht, also fast die Hälfte geht nicht zur Wahl, also habe ich, im Prinzip gehen zur Wahl wahrscheinlich 50 Prozent der Bevölkerung, 50 Prozent der Bevölkerung sind entweder nicht wahlberechtigt oder gehen nicht zur Wahl, also habe ich es mit, muss ich 50 Prozent in Betracht ziehen und von den 50 Prozent, wenn drei Parteien, drei Parteien, ja, also jetzt zahlen wir mal die 50 Prozent hier, nehmen wir mal an, drei Parteien, wir werden drei große Parteien kriegen, dann teilen wir das durch drei und dann heißt es, dass eine, wenn eine Partei 17 Prozent hat, eine andere 16 und eine andere 15 Prozent, nein, wir müssen 51 durch drei zählen, Kommando zurück, wir wollen ja eine Mehrheit haben im Bundestag, ja, für die gute Sache, 51 Prozent geteilt durch drei und ich, das ist dann wahrscheinlich 17, gehe ich mal von aus, natürlich ist das 17, das heißt, nehmen wir mal an, wir haben also eine Partei hat 17 oder 18 Prozent, die andere 17, die andere 16 oder so, dann kann die mit den 18 18 Prozent kann den Kanzler stellen, 80 Prozent von 50 Prozent, also wir haben gesagt, 50 Prozent gehen zur Wahl, ja, aber da man mit 51 Prozent regieren kann, interessieren ja wiederum 49 Prozent nicht, also wenn, noch einmal, ich mache lauter Fehler heute, tut mir leid, ich bin nicht so der fitteste heute, aber wenn ich jetzt, also wir hatten die Tatsache, 50 Prozent der Bevölkerung gehen überhaupt zur Wahl, davon sind, aber jetzt teilen wir durch das zwei, ist die Hälfte irrelevant, weil ich kann regieren mit 51 Prozent, also sind es am Ende nur noch 26 Prozent, sagen wir mal einfach, der Einfachheit halber, hier nur 26 Prozent, entscheiden überhaupt über die Regierung und sozusagen nur ein Drittel von den 26 Prozent braucht man, um den Kanzler zu stellen, also ich teile durch drei, eigentlich brauchen wir also nur ungefähr 9 Prozent, sagen wir über den Daumen gesagt, 10 Prozent der Bevölkerung müssen hier das mit dem Urkommunismus und dem Bonokommunismus und der Beendigung des grausamen Kapitalismus und dem planwirtschaftlichen Dach und so weiter, das müssen nur 10 Prozent der Bevölkerung so ein bisschen verstehen, dass sie dann am Ende ihr Kreuzchen dann bei einer entsprechenden Partei machten, die sagen, wir wollen jetzt endlich den Kapitalismus beenden, nur 10 Prozent der Gesellschaft und wir brauchen also nur ein Prozent der Gesellschaft erst mal zu überzeugen, die müssen also noch ein großgenügendes Gehirn haben, um überhaupt verstehen zu können, von was die NextScientists for Future.de reden und das wird schon unendlich schwer, dieses eine Prozent, von dem es dann ausstrahlt, wir sind jetzt gerade auf dem Weg dabei, dass wir uns irgendwann der Tatsache nähern, dass ein Prozent der Gesellschaft schon mal gehört hat, jeder Hundertste schon mal gehört hat, dass es den Weltrat gibt und die NextScientists for Future gibt, ja, Punkt.de gibt, da nähern wir uns hin. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie es verstanden haben, also wir bräuchten vielleicht doch schon ein Prozent, einen von 100, der das halbwegs versteht und der dann noch zehn andere mitnehmen kann und überzeugen kann oder zumindestens zum Wahlstimmen geben bewegen kann, ja, und daran dürfte die Menschheit scheitern, also wahrscheinlich reicht die Intelligenz noch nicht mal dafür, also das heißt, also hier, ja, also ich fürchte, so hübsch und süß hier unsere kleine Greta ist, jetzt funktioniert das nicht mehr, da müssen wir es nochmal aufmachen, ach, ist das wieder ein Quark, hier, sorry, da ist wieder was nicht in Ordnung, müssen wir das halt nochmal aufmachen, hier, ja, da müssen wir es nochmal aufmachen, was jetzt passiert, das können wir zumachen, ja, also liebe Greta, wo bist du? Jetzt haben wir dich wieder, liebe Greta, also so hübsch sie ist und so süß sie ist und so weiter, aber ich fürchte, das Gehirn ist nicht groß genug, und auch bei Luisa und bei Carla fürchte ich das, schaffen die das? Schaffen, schafft das überhaupt ein Prozent noch komplizierte Naturwissenschaft zu verstehen oder verstehen alle nur noch, ja, Kapitalismus ist toll, Ärzte sind toll, Pharmaindustrie ist toll, Impfindustrie ist toll, alles toll, Kapitalismus über alles, ja, machen wir doch mal den nächsten Krieg, ach so, ich habe noch eins vergessen zum Schluss, ich hätte natürlich unseren Händler auch erzählen lassen müssen, hier bitte, liebe Korrektur hier, der Früh, hier, das war der Früharzt und Frühhändler, der sich irrte und der erzählt natürlich noch, ja, da hat eine Kommune letztens die andere besucht und dann hat die eine Kommune die andere nachts heimgesucht und totgeschlagen und so weiter und jetzt kriegen natürlich die Zuhörer Angst und dann kaufen sie ihm die Steinexter ab und dann fangen sie an irgendwann selbst mal Nachbarkommunen zu überfallen, weil sie Angst davor haben, dass die sie vielleicht überfallen könnten und so kommt dann der Krieg in die Welt, wieder in die Welt, denn wie gesagt, bei den Gorillas, bei den Schimpansen und bei den Gorillaartigen vor 13,8 Millionen Jahren gab es bei uns auch sowas wie Übergriffe, also von Krieg kann man da wahrscheinlich nicht reden, aber sowas wie Gewalt zwischen Gruppen, wie man es bei Schimpansen kennt und so weiter, sowas wird es bei uns vor 13,8 Millionen Jahren auch gegeben haben, ja, also hier, wo ist es in diesem Stadium hier, also hier vor 13,8 Millionen Jahren, na, da war noch nichts mit dem Aufleichtengang, da waren wir eher noch so, aber eher Gorilla-mäßig, da wird es auch schon wie bei den gemeinen Schimpansen so Gruppen, also außen, so Mini-Kriege gegeben haben, ja, und dahin werden wir jetzt quasi durch den Kapitalismus wieder zurückdegeneriert, nur dass wir dann am Rollator sozusagen die Raketen, den Knopfdruck, den Knopfdrücken für die Atomraketen sozusagen, ja, und, und das heißt also, wir, ja, wir sind durch den Kapitalismus wieder und werden degeneriert immer zu immer noch mehr Kriegen und noch mehr Kriegen und so weiter, ja, ja, also das heißt also, leider, fürchte ich, liebe Greta, liebe Luisa, liebe Carla, ich fürchte, ihr seid einfach nur geistig überfordert, und wir packen das als Menschheit nicht mehr und wir werden es nicht schaffen, wie Erte gesagt hat, diesen Planeten oder die Erde noch einmal vor uns selber zu retten, das wird wohl nichts mehr, fürchte ich, ne, ja, so, das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute für jetzt, alles klar, wo ist das Ding hier, tschüssi, bis dir, َn't